Wir warten am Zug, wir warten an der Supermarktkasse, aber aufs Auto? Da wäre es schön, wenn das sofort da wäre. Wer ein neues Auto kauft, braucht aktuell viel Geduld. Die Lieferzeiten sind unvorhersehbar. Aktuell ist es ja fast Usus, lange auf ein Neufahrzeug zu warten. Speziell bei den gewohnten Lieferzeiten in den letzten Monaten. Nicht jedoch bei unseren über 40 Peer-Betrieben in Österreich mit verschiedensten Marken, allen voran Skoda, mit über 500 sofort verfügbaren Fahrzeugen. Und da ist für jeden etwas dabei. Vom flotten Kleinwagen bis zum Fashion-Kombi. Letzteren sogar in zwei Größen. Noch mehr Auswahl gibt es beim Trendsegment SUV. Kamik, Karok und Kodiak sind alle im automobilen ersten Stock beheimatet. Die größeren gibt es sogar mit Allradantrieb. Wer es elektrisch mag, kommt mit dem Skoda Enyaq iV voll auf seine Kosten. Für die Dynamiker gibt es sogar eine Coupé-Variante, ebenfalls sofort verfügbar. Möchte man sein Altfahrzeug gegen einen neuen Skoda tauschen, geht das natürlich auch. Dank der Tauschma-Aktion gibt es hier sogar 2000 Euro Bonus. Puh, Auswahl gibt es ja da genug, aber ich glaube, ich schaue mir den einmal genauer an.